Gute an alle da draußen und danke, dass ihr das supertolle neue Videoangstatt habt. Hier ist wieder Konzo mit dem Terraria 1.3 Update und das natürlich in Farbe und Burnt. Yeah. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg zu einer tollen Sache, zu einer richtig tollen Sache. Nämlich zum Dschungel. Because fuck off. Ich meine, ich hab nichts, aber egal, in den Dschungel. Und eigentlich finde ich es sogar recht angenehm. Manche haben von euch auch geschrieben, dass ich es angenehm finde, dass ich jetzt langsamer spiele und nicht mehr so gehechtet. Und ja, deswegen. Ich nimm's gelasse. Ich nimm's gelasse. Pfff. Okay. Warte mal, ein Herz, ein Mana-Kristall. Vielen Dank. So, damit wir ein bisschen mehr hier wussern können. Wir zocken halt fast nichts. Aber ich fühle mich schon mal deutlich sicherer. Und mit den Hermes-Boots sind wir auf jeden Fall... Alter, sind die schnell! Oder kommt mir das gerade nur so vor? Dass ich damit wirklich übelst schneller bin als normalerweise. Alter, guck dir das mal an. Woo! Woo! Über hier mal so eine Fackel hinmachen, damit man hier wenigstens irgendwas sieht, wenn man hier abends langläuft. Wäre schon von Vorteil. Dann sieht man ja hier abends wirklich gar nichts. So, Sternschnuppe. Zack, zack. Oh, Hermes-Boots. Normalerweise mochte ich euch nicht so, weil ihr irgendwann ein bisschen, naja, langsam wart. Aber jetzt gerade gefällt das mir sehr gut. Weg. Vertebrace haben wir auch schon wieder Millionen von. Jetzt bleibt mal stehen. Das Brain of Cthulhu würde ich so gern töten. Aber ich weiß nicht, was Neues drauf hat. Und wenn mir die normalen Gegner mich schon so leicht zerreißen, werden mich die Bosse im Expertenmodus wahrscheinlich... Oh mein Gott, die werden das in Hartmut sein. Nein, im Hartmut würde ich mir direkt die Uzi besuchen. Gute alte Uzi, ey. So, weg. 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 Dankeschön. Da kam wieder ein Sternchen runter. Theoretisch müssen wir nur das Ei auf Cthulhu rufen und der Stern trifft das Auge. Und wird es dann fast instant killen. Das wäre für uns natürlich sehr gut. Aber so viel Glück zu haben, das hatte ich bis jetzt einmal. Glaube ich nämlich nicht. Und ist auch noch ein Stern. Ja, ist okay, dass wir jetzt hier nachts rumlaufen. Gleich sterben werden. Gott, jetzt... Nein, jetzt lass mich einfach mal in Ruhe, bitte. Jetzt kommen nur noch Fledermäuse und dann ist meine Party zu Ende, ey. Weg. Ich höre nur irgendwelche Frösche. Zombies, jetzt kommen noch Blattmuhl am besten. Warum kommen jetzt Zombies und Augen? Die will ich gar nicht. Ich will keine Augen und keine Zombies. Da können ruhig die anderen Monster kommen, aber nicht ihr, bitte. Alter, ich habe schon so viel davon gekillt. Ich glaube, bald benutze ich nämlich meine Silberkugeln. Alter, wie viel soll ich denn noch vorhin euch killen, ihr scheiß Crimson-Monster? Oh! Nein, hier troppen wir aber halt nichts. Oder war da gerade ein Banner? Was war denn das? Ich habe gerade irgendwas eingesammelt. Was war das denn? Nichts. Oh, sehr nice. Könnte ich mir umholen, aber ich habe gerade keine Lust drauf. Oh, doch, hole ich mir. Dann habe ich schon nochmal einen. Alter, ich habe gerade richtig... Läuft bei mir. Ich habe gerade richtig... Läuft bei mir. Weg von mir. Ich habe bald genug Mana, um die ganze Welt zu zerstören. So. Nochmal einen Mana-Stern. Wo bin ich noch runter? Bin ich hier runter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube doch, ich bin hier runter, oder? Ich bin hier hochgekommen. Ich bin hier hochgekommen. Hä? Warte mal. Ah, nein. Ich bin da runter. Okay, alles klar. Ja! Und was am Bolli hat mich beschützt hier, mein guter Freund? Oh, nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Naja, lauf einfach mal runter. Weiter geht's. Fünf Minuten haben wir jetzt gebraucht für den Weg. In der scheiß Nacht. Aber ich will jetzt diese Schatzkiste haben. Und die Bienen, ey, die töten uns auch sehr leicht. So, hier waren wir am Anfang. Die Chess bauen wir auch mal ab. Oh, nee, alles ist gerade so ein bisschen kaputt. Rich Mahogoni. Rich Mahogoni. Alles klar. Du machst bitte da gerade noch mal drei Fackeln raus aus dem Rest. Dankeschön. 39 Fackeln. Vier Bewegungstempo. Können wir jetzt eigentlich beide zwei anziehen? Ne, nur eins. Okay. Bei der ganzen alten Terranwesen kommt man nämlich beide anziehen. Ja, das Problem ist, ich bräuchte halt hier mal irgendwie. Ja, das Schwert geht eigentlich sogar gegen die Dschungelfledermäuse. Ich mach sogar ganz gut Schaden. Aber naja. Fuck off. So, wir wollen jetzt nämlich hier runter. So, so. In der Hoffnung, dass ohne jetzt niemand niemand ist, gehen wir jetzt mal runter. Ein Schuhspike mit einem Schaden. Den Rest räumen wir einfach alles aus. Höhenforscher drängt. Nice. Nice. So, was ist das denn jetzt hier alles? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich bin auf jeden Fall im Dschungel und Dschungel nicht gut. Und ich hab hier ne Mindcard-Ding. Because. Keine Ahnung. Ey, cool, ich kann aber schießen. Stimmt, das kann man ja mittlerweile. Warum ist hier einfach mal... Ja, hallo. Geh mal runter von dem Mindcard, bitte. Dankeschön. Hallo. Nein, nicht sterben. Nicht Schaden nehmen. Nichts. Machen wir die Lebenskristalle ab. So, wie es jetzt vom Dschungel gehört. Wo ist es? Oh, zweiter Leben. Nice. Nice, sü. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Hier ist auf jeden Fall Honey. Sehr nett. Und wir können uns jetzt auch die Wände runtersliden lassen. Das ist auch sehr nett. Ich überlege gerade den Spelunkapotion zu benutzen. Aber vielleicht ist das auch ein großer Fehler. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade echt am überlegen. Aber es kann ja sein, dass hier irgendwo was richtig Geiles lauert. Wo wir dann sagen, oh mein Gott. Warum hast du hier nicht Feuer benutzt? Dann hättest du ganz viel gesehen. Na, obwohl momentan sieht es nicht ganz so gut aus. Außer ein paar Robes. Na ja, 140 Robes haben und nicht haben. So, ja, mach einfach da so. Okay, ja. Bitte. Danke. Wir machen jetzt noch mal einen Hahn. Zack. Unter uns können wir noch runter. Machen wir gerade mal. Ja. Jetzt ernervt der Honig. Ja. Ich komm nicht mehr raus Weil ich jetzt grad festhänge Ich muss jetzt, glaube ich, hier ganz schnell abbauen Damit ich nicht ersaufe Ich hänge fest, ich kann grad nicht hüpfen Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ich kann grad nicht Oh mein Gott Raus hier, raus hier Geh aus diesem scheiß Honig bitte raus Alter Schwede Was war denn das grad eben, bitte? So, wir gehen jetzt hier noch lang Einfach, weil wir's können 69 Einfach rein, in den Dschungel Ah, hinten waren ja Schatzkisten, da waren ja vorhin Scheiße, hätte ich aber wieder hingehen sollen Egal, YOLO YOLO, 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 YOLO Fucking YOLO Komm her Da unten Oh, da sind Oh Wiss ich? Mein Lot Du mein scheiß Menschenfresse Ja, komm runter Hier, komm Hier bin ich Komm Komm noch beim Bino Komm Nein, nicht so weit runter Verrick Ohne Wein Dankeschön Und jetzt kriegen wir hier, hoffentlich Was ist das? Diamanten Halleluja 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 Zehn Scheiß Ich brauch zwölf oder so Aber egal Wir können uns Oben Dann Ein fucking Ein fucking nochmal Dings machen Genau Dings Ein fucking nochmal Dings Genau Das wollte ich sagen Ja Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier so arbeiten muss Fuck off, Alter So Eine Bombe Das ist ganz gut So Da unten geht es nämlich weiter Wie ich gerade sehe Das ist sehr gut Die Zeit Zehn Minuten Oh, wir sind noch gut in der Zeit Und diesmal machen wir ja auch ein bisschen Fortschritt So Ich mach jetzt gerade mal so hier Wieder runter gehen können Sehr gut Mach das Ganze gerade mal auf Ich werf mal eine Bombe rein Ich brauch noch irgendwas zu zerstören schon mal Ich hab irgendwas kaputt gemacht Weg Weg Ich bin an meinem heiligen Seil hier Dschungelfedermaus Piss dich Ist ja irgendwas geiles zerstört Irgendwas, was so ganz wichtig wäre Wo ich sage Boah Das war das übelst wert Nein Geil Es läuft gerade Oh Es läuft gerade echt Komm Gib mir gerade einen Haken Bitte Und einen Haken Nice Gefällt mir Gefällt mir sehr gut Auch ohne Diamanten hätten wir jetzt einen scheiß Greifhaken Oh nein Oh nein So ein dummer Megaslime Angst 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 Wo ist er Über uns Oh Piss dich Ja ey Menschenfresser Es reicht langsam Ihr seid mir Ich will zu dieser scheißkiste jetzt Komm her Komm her Menschenfresser Oh mein Gott Das ist ein normaler Dschungelslime Gell Das ist auch wie so ein Bastard Ich seh's nicht Ne ich glaub das ist ein normaler Dschungelslime Ja ihr könnt mir auch Weins droppen Ich hab auch nichts gegen Gegen eine Eevee Whip Ich auch nichts gegen Dann baue ich aus dem Diamanten Nämlich so einen Zauberstab Der durch Gegner geht Was sehr gut gegen Crain of Cthulhu ist Normalerweise Och Alter jetzt komm Ich trau mich da nicht rein Ich trau mich da nicht rein Och jetzt komm Es kann doch nicht so Noch ne Weinrebe Nice Auf einmal krieg ich Weinreben Wie sonst was Egal Neuer Loot Egal Einhinten mehr Schaden Hauptsache irgendwas Äh Blasio Banzig Stück Ne Wir looten wirklich alles Schnell Bitte Zack Granitdinger Den Haken Tue noch einmal alles rein Und dann tust du das Hier wird auch ein Und ich hab einen Roboterhut gekriegt Nice Oh je Jetzt sehe ich richtig Style Milo aus Gefällt mir auf jeden Fall Ist ja nicht irgendwie selten eigentlich Naja egal Zum Thema selten bei mir Weg 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 Lass mich in Ruhe Ich bin lieb Ich bin lieb Da unten bin ich gestorben Da unten bin ich gestorben Da unten ist nämlich Diese ganzen Dinger hier Nice Leute 13 Minuten Der Part gefällt mir sehr gut Oh der Part Der Part Jetzt gefällt er mir Nicht mehr so gut Hm Jetzt wird er langsam Ein bisschen kritisch Because Because Hornisse Macht mich kaputt Oh ich hab ein hunderter Haltrang Nice Ich hätte halt gerne Waffe da raus gemacht Das Dschungelschwert oder so Hm Das wäre schon recht romantisch Jetzt komm her Hör auf abzuhauen Sack sich Alter Ja guck mal wer da alles wartet Meine ganzen Freunde Das gibt's ja nicht Ich hab ein Drei Gold Ich hab drei Gold verloren Fucking drei Gold Scheiße Scheiße Jetzt hab ich hier gar nichts Gell Ah doch Ein bisschen was behalte ich Halleluja So 999 Irgendwann wacht das hier weg Ja ich hab kein Geld mehr Scheiße Egal wir haben einen Robot dahin Der von äh K-Story ist Ziemlich cool aussieht Jetzt ordentlich Ich hab noch ein bisschen was Ich sag die Zeit 15 Minuten 4 Das ist alles noch wunderbar Ähm Schnell stapeln Da haben wir leider nichts drin Hier haben wir leider auch nichts drin Wir haben aber Nichts So wir müssen nochmal hier mal so Schweinebänk machen Dschungel chest und hier eine rich maragoni chest Machen wir mal hier die rich maragoni chest hin Da machen wir die dschungel chest hin Und die letzte normale Ne die lassen wir jetzt gerade mal Ähm Du machst noch hier die ingots rein Das todesgrau Damit das hier bei den seeds noch reinkommt Was nämlich noch gar nicht vorhanden ist So damit ich hier ein bisschen was hab Was sagst du Du hast noch hier 6 Platinbarn Nein Egal So 10 Diamanten Ja ich über die Karte war was ich die 10 Diamanten nutze Ach so stimmt So Platinbarn Ich sammle die halt nie gell Die ganzen Dinge Ähm Ja aus Diamanten kann ich nämlich doch irgendwie nichts machen Oder fehlen mir da echt die 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 Ketten zu Warte mal Kette So jetzt gehen wir mal hoch Herstellen Hivewall Voodoo Wodenjojo Material Oh mein Gott Man kann sich auch aus Woden schon ein scheiß Jojo machen Aber ich wollte ein Woden unbedingt haben Fuck Fuck you in the airs Aber ich kann mir ja einen Greifhaken machen Keinen normalen Mit den 10 Diamanten Das ist sehr komisch Das ist sogar äußerst komisch Ja die normale Kiste lef die mal weg Ja dann müssen wir scheinbar doch mit dem Haken machen Egal Besser als nichts Normaler Interhaken wenigstens Hier kommen mal die ganzen 100 Leben Ne den brauchen wir für Endfeinde Definitiv Recoil Potion Die nimmst du mal mit Mining Potion Builder Potion Hier kommen die ganzen Potions rein Nein Sorry Leute Ich muss mich gerade auch echt ans Menü gewöhnen So Umbenennen Potions Ich hätte auch Tränke nennen können Aber egal Ich habe echt zu viel Shit gerade Ich habe sogar drei Weins Lol So Würde ich auch sagen Wenn euch der Part gefallen hat Dicke Daumen bis zum Himmel Ganz wichtig Schön kommentieren Und wenn euch das besonders gefallen hat Dann teilt ihr doch auf Facebook Oder auf ganzen anderen Social Media Plattformen Würde mir extrem helfen Und der andere Typ Setze ich einfach mal hin Der Jalen Also Haut rein Bis zum nächsten Part Euer Konso Haut rein Haut rein